Radio 1 Ronny Güll, der Kapitän des ASC 2000 Coburg. Ein bisschen Vergangenheitsbewältigung und auch ein Blick in die Zukunft heute, also nach dem Spiel in Cottbus und vor dem Spiel gegen Gensungen. Die erste Frage, wie fühlt man sich so als Auswärtsdepp der Nation? Ja gut, das ist eine berechtigte Frage. Es ist sicherlich ein Scheißgefühl, was wir da jetzt haben, was wir auch uns selbst eingebrockt haben. Wir haben gespielt wie die ersten Anfänger in Cottbus und müssen uns dafür bei unseren Fans, vor allem die mitgefahren sind, entschuldigen. Und wir hoffen oder ich denke, dass es nicht wieder vorkommen wird. Wie ist das zu erklären? Die Woche davor gegen Bad Neustadt vor über 3000 Zuschauern zerreißt die euch förmlich in der Halle und dann die Woche drauf. Es wird ja auch öfters gesagt, es hat so ein bisschen die Einstellung nicht gepasst. Wie ist das aus eurer Sicht zu erklären, also aus Mannschaftssicht? Ja, so gut wie als Mannschaft haben wir mit dem Trainer das Video nochmal geschaut, haben uns das Spiel angeschaut. Das war schon ganz schön deprimierend, so zu sehen. Das ganze Umschalten von Abwehr auf Angriff hat nicht stattgefunden. Es war keine Bewegung drin, deswegen vielleicht der Begriff Einstellung passt nicht. Es war einfach nur erschreckend, die Leistung. Wir können es uns selber nicht erklären, aber wir müssen das auf jeden Fall ändern. Hat es bei euch intern so richtig mal geraucht? Ja, also es wurde Montag auf jeden Fall heftig diskutiert und der ein oder andere hat seine Meinung kundgetan und ich denke, dass es angekommen ist bei den meisten. Jetzt steht das nächste Heimspiel an gegen Gensungen. Wieder ein Heimspiel, da ist bislang noch nichts passiert. Müssen sich die Handballfans jetzt auch Sorge machen, dass daheim mal irgendwann was passiert oder werdet ihr euch am Samstag gegen Gensungen zerreißen? Ja, also wir stehen in der Pflicht uns zu zerreißen, deswegen stellt sich die Frage nicht und ich gehe fest von aus, dass sich jeder zerreißt und dass wir am Samstag Gensungen schlagen werden. Wollen wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Zwei Auswärtsspiele stehen auch noch an. Unangenehme, also Pirna ist nicht zu unterschätzen und auch noch in Polheim, da hat letztes Jahr der HSC auch mit Aachenkrach noch einen Punkt geholt. Wie wollt ihr an diese Aufgaben dann rangehen? Gut, nachdem wir jetzt Cottbus analysiert haben, ist es für uns jetzt abgehakt. Wir dürfen den gleichen Fehler nicht nochmal machen. Wir schauen jetzt auf Gensungen, das werden wir mit aller Macht versuchen zu gewinnen und dann fahren wir nach Pirna, um nicht wieder genauso deprimiert wie in Cottbus heimzukommen. Was kann man anders machen aus deiner Sicht? Ja, einfach das Umschalten von Abwehr auf Angriff, nicht so Ideen und einfallslos spielen, wie wir gespielt haben. Das müssen wir ändern, da steht der Trainer und die Mannschaft in der Pflicht und daran werden wir jetzt arbeiten. Noch eine Frage, glaubst du noch an den Aufstieg trotzdem oder sagst du jetzt auch, okay, wir müssen jetzt erstmal kleinere Brötchen backen oder ist das Ding schon abgefahren, der Zug? Der Zug ist nicht abgefahren, der Zug ist wesentlich langsamer geworden und das Ziel ist weiter weggerückt. Allerdings sind es noch, glaube ich, 18 Spiele oder 17 Spiele, Rimpe hat fünf Punkte Vorsprung und es ist noch nichts verloren. Wir werden trotzdem weiter Gas geben. Jetzt werden bestimmt viele Fans überlegen, ob es am Samstag kommen gegen Gänzungen nach dem Auswärtsspiel in Cottbus. Ronny, du als Kapitän, darfst jetzt nochmal ein paar Worte an die Fans richten und sagen, dass er trotzdem Unterstützung braucht und dass ihr auf Wiedergutmachung ausseit. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eure Unterstützung. Wir haben es in Cottbus wieder gesehen, dass es ohne Fans nicht ganz so einfach ist. Bad Neustadt hat es bewiesen, dass 3000 Leute die Mannschaft total pushen. 2000 Leute pushen genauso und wir hoffen, dass er uns am Samstag weiter unterstützt. Radio 1 1 2 2 1 3 2 3 3 4 4 4 4 5 6